Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist ja eigentlich auch verboten, ne? Auf der öffentlichen Straße einfach so zu filmen Auf öffentlicher Straße damit fahren ist verboten Nee, ich hab keinen Gapert gefunden Ah, warte mal, ich hab noch Die Straße aber filmen, ja Nur keine fremden Menschen Da hab ich ja auch gewundert, dass die das mit dem Ding nichts dagegen sagen Ja, ging erst recht nicht Von Unleuchte, darf ich zu filmen? Was ist das jetzt mit Shope hier? Mit Fontäne? Das ist ein Bengaltopf Wer möchte? Fahr langsam los Applaus 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 Untertitelung. BR 2018